ARD Text im Auftrag des ZDF Kurz Achtung, wir schreien hier runter. Was ist das denn so? Was ist das denn so? Geil! 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 Ich auch nicht! Die braucht die Aufnahme! Du nicht! Andi! 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 Danke, Bär! Oh nö! Oh nö! Oh nö! Oh nö! Oh nö! Oh nö! Fühlt mich gar nicht ein. Das ist halt eine Verlüge. Ich dachte, du gehst gleich duschen. So ist das eine Verlüge. So ist das eine Verlüge.